Hallihallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Es tut mir leid, dass der Ton immer noch so doof ist, aber mein Mikrofon kommt halt erst am Nachmittag an. Und ich weiß halt selber nicht, wie man das mit dem PC verbindet. Also, wenn morgen ein Video kommt, ist der Ton dann hoffentlich besser. Heute machen wir das achte Türchen auf. Und diesmal kann ich mit euch auch die Rennreiten und halt auch diese Quest, sag ich jetzt mal. Mich würde mal verinteressieren, was ihr zu Nikolaus bekommen habt oder was ihr euch zu Weihnachten wünscht. Okay, dann würde ich sagen, wir machen erst mal das Türchen auf. Aber wirklich, wer mag das Winterupdate bitte nicht? Das sieht immer so wunderschön aus. So, hier sind wir. Die achte ist ziemlich klein. Vielleicht ist da auch eine Klamour da drin, die zusammengelegt ist? Ich habe keine Ahnung. Aber jedenfalls, drei, was reichtest du da dazwischen? Drei, zwei, eins. Was ist das? Eine. Hat mir sehr viel geworfen. Jetzt habe ich 15 anstatt 14. Oh mein Gott, eine Wintermarke. Wunderbar. Na ja. Ja, ich reihe jetzt mal das Rennen. Vielleicht geht es mir da ein bisschen besser. Also, du kannst schön mitlaufen. Ich trage dich hier nicht. Du Fuchs. Oder was auch immer du bist. Oh mein Gott, du schummelst. Du sprichst nicht. Du läufst unten drunter. Das geht ja mal gar nicht. Na, ich werde jetzt nicht drunter gedutzt werden. Boah, geht das noch? Ja, es geht noch. Oh mein Gott. Erstmal über den Pfeil springen. Bro. Naja, wenigstens habe ich hier keine Hinderlassen mehr. Unerwartet Hinderlassen so. Dann machen wir jetzt hier oben. Ich hätte mich mal einfach zurück zum Eingang bringen lassen können. Nein, egal. Jetzt machen wir hier das Rennen. Dann bei der Karte diese beiden Schneeflocken. Und das blaue Ausrufsein bei Alex. Äh, Alex. Warum lag ich immer Alex? Nee, oder? Du wirst mich doch gerade verarschen. Ey. Was? Nee. Mann. Aber ich bin mir schon ganz sicher, dass das Winterdorf diesmal mehr lila ist als blau. Was ist das denn? Schon wieder? So, ich habe mich gerade wieder eingeloggt. Jetzt habt ihr es auf Kamera. Das ist gerade das vierte Mal passiert, dass da stand Verdacht des Cheatens. Aber beim Halloween-Event, dann bei einer Quest, letztes Mal bei diesem Rennen, genau bei diesem Rennen, an der gleichen Stelle, und jetzt wieder. Was habe ich falsch gemacht? Vielleicht soll ich mich mal wirklich an den Support wenden, nicht dass mein Account dann irgendwo gesperrt wird. Oder vielleicht weiß ja irgendeiner von euch, was da los ist, und mit was es sich aufhat. vielleicht kann mir da einer mal helfen oder so. Äh, ich habe die Schleife gekauft. So, wenn ich da nochmal rausgeschossen werde, dann habe ich echt keinen Bock mehr. Wirklich, dann habe ich keinen Bock mehr. Ich habe übrigens, ähm, Wintermarken eingetauscht gegen diese Satteldecke. Habe ich jetzt zwei davon. Hä? Die hier habe ich... Gab es die für Wintermarken? Also, die weiß ich. Die habe ich mir geholt. Aber ich finde es cool, dass da, der will hier so, ähm, wenn man auf Eis ist, so ein Ausrufezeichnen zugefügt hat. Ähm, da steht dann ja, rutschig dein Pferd hat keinen festen Halben auf dem Boden, oder sowas ähnliches. Ich kann gerade nicht so schnell lesen. Wie viele Wintermarken habe ich jetzt? 19. Mhm, 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 mhm. Wunderbar. So, dann machen wir jetzt, da, wo wir am nächsten dran sind, das Ausrufezeichen. Ey, ich freu mich mal so, wie ich die so Haufen sehe, ne? Und ja, falls ihr es nicht wusstet, Alex ist ein Mädchen. Also, ja. So, jetzt, mach ich aber die Quest von Alex. Hoffentlich klappt die jetzt. Oh, oh. Max Beat mit einer Kette, das kann gar nicht gut gehen. Oh, der Yeti. Boah, es wäre so geil, wenn, ähm, dieses Jahr wieder eine Quest mit einem Yeti kommen würde. In Zermarki, Levelaufstieg. Ja. Bei... Also, das Pinguinrennen. Hallo. Hallo. Jetzt könnt ihr sehen, wie ich das nicht hinbekomme, weil ich kenne das überhaupt nicht, das Rennen. Ach so, und übrigens, ich will halt gerne mal so ein Format machen, also halt Fragen von euch beantworten, weil ich habe nicht mehr so krasse Videoideen. Also es würde mich freuen, wenn ihr mir vielleicht mal ein paar Fragen stellen könntet, damit ich auch mal so ein Video machen kann. Weil es hat gewisse jeder gemacht, außer ich. Lauf doch. Wie süß die Menschen hinterherlaufen so schafft. Boah, wie viel XP bekommt man bitte? Das ist so praktisch. Hä, wo ist das denn? Nee, oder? Ich will doch verarschen. Ist das bei StarShineWand? Und wenn ihr sowas für ein Internatum macht, wenn ihr Dinge im Schnee finden sollt und ihr keinen Kompass habt, dann macht am besten den Schnee aus, weil dann sieht man das besser. Jetzt sind wahrscheinlich ihre Schneehaufen, dann müssen wir nur noch den Ausschau halten. So, die Schafe habe ich jetzt alle eingesammelt und dann müssen wir wahrscheinlich wieder die Kinder suchen. Oh, Level 6 gleich. Also später kann man die besondere Bewegung machen. Idun. Fünf spielende Kinder bringen sie zu ihrer Mutter zurück. Äh, kann das sein, dass sie wieder an der gleichen Stelle sind? Ah, da. Ja, 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 ich hab euch. Boah, du hast es gefunden. Du bist viel besser am Suchen als Mama. Sie hat uns schon ewig gesucht. Komm, wir spielen nochmal. Du wartest hier und wir verstecken uns. Ihr könnt später weiterspielen. Erst muss der Sturm nachlassen. Aber wir wollen jetzt spielen. Und später. Wir gehen mal nachfragen, ob wir jetzt und nachher spielen dürfen. Hä? Ich hab mir das nicht verstanden. Okay. Jetzt haben wir 27, wenn es da mag. Sagen. Das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, könnt ihr mir doch gerne einen Like verlassen, den Kanal hier unten kostenlos abonnieren, damit keiner mehr verpasst. Tschüss.